So, hier nochmal das nachgeschwimmene Video zum Startplatz Wernholthausen Süd-Südwest. Ja, wenn ihr Gastflieger seid, könnt ihr eh nicht hochfahren mit dem Auto zum Startplatz. Habt ihr allerdings ein Vereinsmitglied dabei als Beifahrer, macht das vielleicht möglich sein. Ihr braucht auf alle Fälle eine Berechtigungskarte, die gibt es an der Tankstelle in Wernholthausen, weiß ich im Moment gerade nicht, gibt es aber eine Beschreibung, die Adresse. Ja, gut, also hochfahren, parken kann man oben, da gibt es ein paar Parkplätze und dann hat man eine relativ große Startwiese für den Schirm auslegen und dann kann man im Prinzip auch schon loslassen, wenn der Wind passt. Aufpassen müsst ihr lediglich auf die beiden roten Linien, das ist einmal so eine Buschreihe, die da unten anfängt und dann etwas tiefer dann unten eine Baumreihe. Der Startplatz ist an einigen Stellen recht flach, das heißt ihr braucht also schon so ein bisschen Gegenwind, also 15 Stundenkilometer, das wäre ja ideal. Also ich bin einmal gestartet bei 7, 8 Stundenkilometern, das war recht schwachwindig, das war nicht ganz so prickelnd. Der Landeplatz ist vom Startplatz aus nicht einsehbar, das heißt ihr solltet euch vorher auch schon mal den Landeplatz anschauen. Da gibt es nämlich auch so einige Besonderheiten, die ich hier gleich nochmal beschreiben werde. Aber wie gesagt, Baumlandungen sind hier nicht selten, das passiert schon mal. Also auf meinem letzten Flug im Juni 2019, wie ich dem Video beschrieben habe, ist das da auch dann direkt passiert. Die Ablösung wurde nicht richtig erwischt, wenig Wind und kleiner Durchsacker und zack, hängt man in den Bäumen. Das ist dann natürlich weniger prickelnd. Ja, der Startplatz ist auch nur für B-Scheininhaber oder für Vereinsmitglieder zugelassen, das heißt, ja, da solltet ihr darauf achten, sonst gibt es einen Platzverweis, was ja auch logisch ist. Jo, dann geht es auch gleich weiter, also vom Startplatz aus runter und dann Richtung rechts halten, Richtung rechts, ja okay. Also rechts halten, ja, dann irgendwie versuchen zu soren oder in der Aufwindgeschichte reinzukommen, irgendwo eine Thermikblase zu erwischen, auskurbeln. Wenn dann alles nichts mehr hilft, an der Stelle ist der Positionskreis für die Gleitschirme in Höhe des Sportplatzes und am Sportplatz dann links abdrehen Richtung Landewiese. Die ist übrigens mega groß, das heißt, ihr könnt auch mit etwas größerer Höhe, wenn ihr unsicher seid, vom Sportplatz abfliegen, über den Parkplatz in Richtung Landewiese und da ausgleiten. So, wenn ihr passenden Wind habt zum Starten, müsst ihr darauf achten, gegenüberliegend ist ein Hügel, der wird natürlich vom Wind auch angeströmt, der Wind strömt da runter und erzeugt eventuell Lehwirbel, also nicht zu nah an diesen Hügel ranfliegen, sonst zerreißt es euch da vielleicht. Das muss ja nicht sein. Also diese Zone, ich denke mal, wenn man am Startplatz an dem Hang ausreichende Thermik erwischt und hoch genug kommt, dann kommt man auch über diesen vorgelagerten Hügel hinweg, um da vielleicht noch was auszunutzen. Weil da soll es angeblich thermisch besser gehen. Ich weiß es nicht. Ich bin nur Gastflieger, ich bin auch nur ein, zweimal da geflogen, muss mich da jetzt auf die Auskünfte der Vereinskollegen oder der Fliegerkollegen verlassen. Jo, hier nochmal die Richtung des Startplatzes. Aus der Richtung kommt ihr dann angeflogen. Und der Verein Sauerlandflieger oder wie sie heißen, Sauerland eher, keine Ahnung, steht unter der Beschreibung, gibt also vor, da wo dieser Kringel, dieses Fliegennest ist, sollte der Positionskreis für die Gleitschirmflieger sein. Ein bisschen weiter unten in der Siedlung oder über der Siedlung ist dann der Positionskreis für die Drachenflieger. Gibt es hier aber nicht so ganz oft. Für Drachenflieger ist dann aber auch interessant, dass diese Landewiese extrem groß ist. Ihr könnt da richtig lange ausgleiten. Die ist also wirklich groß und relativ eben. Das heißt also nicht irgendwie abschüssig oder sowas. Minimal vielleicht, aber wirklich nur minimal. Und alle Gleitschirmflieger fliegt nicht zu niedrig an die Landewiese ran, weil ihr müsst vom Positionskreis aus gesehen über eine Baumreihe weg, wenn ihr überhaupt noch den Positionskreis schafft. Also mit ausreichend Überhöhung, losfliegen Richtung Baumreihe und Landewiese und dann sollte das auch schon klappen. Es gibt da nämlich nur einige Besonderheiten, die es da zu beachten gibt. Einmal zwischen Landeplatz und Sportplatz. Da gibt es noch den Parkplatz. Da könnt ihr also auch Autos parken. Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes raus, aber machen wir erst den Parkplatz. Der ist recht groß, aber ich denke mal, sportliche Großveranstaltungen wird es da wohl nicht geben, dass Altplätze belegt sind. Aber viel wichtiger sind noch einmal eine Telefonleitung, die hier an dieser Stelle noch steht. Das sind drei Masten oder vier. Die Einflussschneise zum Landeplatz wird auch noch durch eine kleine Baumreihe behindert, die zwischen Sportplatz und Parkplatz steht. Da müsst ihr drüber her. Und naja, wie gesagt, dieses ganze Buschwerk hier, das ist auch noch leicht abfallend. Also wenn ihr die erste Reihe geschafft habt, dann sollte der Rest aber auch kein Problem sein. Dann klappt das schon. Ich denke mal, der kleine Fluss, die Wände, die erzeugt auch so ein bisschen negativ-thermisch. Sorgt also für abkühlende Luft, für sinkende Luft. Also das könnte bedeuten, dass ihr da zusätzlich auch noch etwas stärkeres Sinken habt. Und müsst da ein bisschen drauf aufpassen. Dann sollte das aber alles kein Thema sein. Ja, das war es eigentlich zu dieser Geschichte. Ja, da würde ich sagen, viel Vergnügen in Wernholdhausen. Bis dahin. Ciao. Achso, genau, hier. Für die, die heute die Fußwege nutzen wollen. Es gibt da noch eine kleine Holzbrücke. Ich habe mich nach meiner Außenlandung unter dem Kringel da oben verlaufen. Ich bin also bis zum Ort durchgelaufen und da über die Brücke gelaufen. Das war dann einen guten Kilometer Umweg. Also es gibt da eine kleine Brücke, da kann man drüber herlatschen. Und dann ist man relativ schnell auf einem passenden Fußweg Richtung Startplatz. Das war es an der Stelle. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.